Was ist unten in deinem geheimen Raum versteckt? Schaut nicht damit gerechnet, dass du jetzt kommst. Friss das! Äh... 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 Huch! Äh... Wo bin ich denn hier? Äh... Zwischen einem... Moment mal... Bin ich hier gerade zwischen einem... LKW? Oh, Moment mal... So... Uh... Und hey, Freunde! Da seid ihr wieder! Freut mich wirklich mega, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vergesst auch, wenn ihr euch jetzt schon mal den Kanal hier zu abonnieren. Und rechts neben mir auf die Glocke zu drücken, um ein Teil der Icky-Army zu werden. Der coolsten Army auf ganz YouTube. Und Leute, es würde mich auch super freuen, wenn ihr dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben da lasst. Also ein Like. Yeah, das wäre total cool. Und wenn auch ihr hier in den Kommentaren angezeigt werden wollt, dann schreibt einfach ein liebes Kommentar. Zum Beispiel Icky-Army. Und dann kann ich euch auch einen blenden. So, äh, beim letzten Mal waren wir hier bei den komischen Häusern vom Game Master. Hä? Wo sind denn die? Leute, wo sind denn die Häuser vom Game Master? Komisch! Normalerweise sollten doch hier diese komischen Häuser stehen. Äh... Ach ja! Wir wollten ja die komische Tür vom Game Master öffnen! Wir laufen da mal ganz schnell hin. So. Ganz schnell hinlaufen. So, da vorne war die Tür. Und die haben wir aber nicht aufgekriegt. Das ist ja total doof gewesen. So. Klopf, klopf, klopf! Äh! Mann, oh Leute! Wir brauchen dringend den Schlüssel. Den haben wir doch letztes Mal gefunden. Aber der war doch hier irgendwo. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Der Schlüssel war da in so einem Häuschen. Das ist doch voll blöd. Ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll. Hm. Dann schaue ich mal, ob hier irgendwo der Schlüssel ist. Vielleicht ist er ja oben. So. Okay, Tür zu. Geh jetzt mal hoch. Ich will unbedingt diese Tür öffnen. So. Oh! Oh! Game Master! Was machst du denn hier, du Fiesling? Oh, oh, oh! Hallo, Icky! Hey! Was machst du hier? Äh, wo ist der Schlüssel? Was ist unten in deinem geheimen Raum versteckt? Ich hoffe nicht, damit gerechnet, dass du jetzt kommst. Friss das! Äh, äh. Äh? Game Master, du Fiesling! Äh? Wo ist er denn hin? Oh, er ist hier durchs Fenster abgehauen. Game Master! Oh, oh, Leute. Wo ist er denn jetzt? Game Master, wo bist du? Raus mit der Sprache! Ja! Ist er hier irgendwo? Oh Gott, oh Gott, Leute. Ich bin hier total hoch. Äh? Nein, hier ist er nicht. Und zack! Und... Äh? Ja! Okay. Ich suche jetzt hier den Game Master, aber ich sehe den irgendwie nicht. Game Master? Bist du hier irgendwo? Da! Das ist der geheime Raum vom Game Master! Autsch! Aua! So! Ah, Mann, wieso kann ich hier nicht rein? Ich will unbedingt wissen, was da drin ist, Leute. So, und zack! Und hier rüber. Oh Mann, also wenn jetzt hier der Game Master nicht ist, dann muss er bestimmt hier drinnen sein. Äh! Wie kriege ich jetzt diese doofe Tür auf? Okay, ich habe eine Idee. Ich gehe jetzt erstmal zur Polizei und melde das, dass der Game Master jetzt hier war. Und dann werden wir ihn vielleicht zusammen festnehmen. So. Okay, wir gehen jetzt hier rüber. Und ich hoffe mal, hier sind keine Gegner. Also hier sind auf jeden Fall keine. Das ist super gut. So. Oh nein! Nein, das sind welche! Hey, ihr Fieslinge! Und zack! Und ich habe meine Pistole! Und... P-P-P-Ping! P-P-P-Ping! Ping! P-P-Ping! Fieslinge! P-P-P-Ping! Haha! Oha! Keine Munition mehr! Autsch! Die machen vor wie Schaden! Okay, zack, 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 zack! Schnell alles anziehen! So. Jetzt habt ihr keine Chance mehr! Denn ich habe meine super starke Diamantrüstung an! So. Und nachladen! Und zack! Und P-P-Ping! Haha! Super! Wir haben die fertig gemacht! Huch! Hört ihr das? Leute, was ist das? Das Telefon klingelt! Aber wo? Äh... Hier irgendwo? Hier? Hier irgendwo? Wo ist denn... Ach, da vorne ist das Telefon! Da! Und... Zack! Hallo? Wer ist da? Ha, ha, ha! Hallo, Icky! Du suchst mich! Ja, bist du der Game Master? Haha! Ja, natürlich bin ich der Game Master! Wenn du den Schlüssel finden möchtest, den habe ich versteckt! Verrate mir wo! Na los, du Fiesling! Der Schlüssel ist entweder oben auf dem Kran, in dem grünen Haus oder in dem pinken Haus! Viel Spaß mit der Challenge! Ha, ha, ha! Du... Hör auf aufzulegen, du Fiesling! Ah! Habt ihr gehört, was er gesagt hat, Leute? Der Schlüssel ist entweder oben auf dem Kran, im grünen Haus oder im pinken Haus! Also, das ist das grüne Haus, das ist wohl das pinke Haus und das ist der Kran! Hm, dann würde ich sagen, gehen wir als erstes mal ins grüne Haus! So, aber auf jeden Fall mit meiner Waffe! Weil hier könnten überall Fieslinge sein! So, wir gucken jetzt mal! Und... Ha, ha! Okay, hier ist wohl keiner! Schauen wir mal hier! Und... Hände hoch! Okay, der Game Master scheint wohl nicht hier zu sein! Und... Pistole rausholen! Und... Ha! Ha! Hm... Der Schlüssel muss hier irgendwo sein! Okay... Dann schauen wir mal hier oben! Oh! Ich hänge! Autsch! Ich bin runtergefallen! So, dann gehen wir jetzt mal hoch! Ah! Ah! Kann man hier etwa nicht hochlaufen? Was ist denn das hier? Und zack! Schlüssel! Wo bist du? Schlüssel? Hier drinnen irgendwo? Schlüssel! Verdammt, Leute! Wo ist der Schlüssel nur? Vielleicht ist der ja hier? Nein! Nein! Der Schlüssel ist nicht hier! Oh! Die Toilette ist genau am Fenster! Das ist ja unpraktisch! Hehe! Da kann ja jeder sehen, wenn du AA machst! Ähm... Okay! Dann machen wir hier mal die Tür zu! Dann ist der Schlüssel... Ah! Autsch! Was ist denn das für eine komische Treppe? Da fällt man immer runter! Ah, Leute! Wo ist der Schlüssel? Oh! Hier! Schlüssel! Super duper! Dann probieren wir jetzt damit mal die Tür aufzumachen! So, Tür zu! Und... So, die beiden machen wir mal weg! Die nehmen vor viel Platz weg! Und das machen wir mal hier hin! So! Und jetzt Beeilung! Beeilung! Ganz schnell! So! Und zack! Und... Wir probieren jetzt damit die Tür zu öffnen! So! Äh! Wieso? Das klappt nicht! Okay! Der Schlüssel ist eine Niete! Dann müssen wir jetzt mal ins pinke Haus gehen und da mal nachschauen! Wenn hier der Schlüssel nicht geht, dann muss er hier da funktionieren! So! Und... Klopf, klopf! Huch! Wo soll denn hier der Schlüssel sein? Hier ist er ja nirgends! Oh, vielleicht oben! So, wir gehen mal hoch! Hm, wo kann denn der Schlüssel hier... Da! Super, Leute! Wir haben den Schlüssel gefunden! So! Das doofe Rätsel vom Game Master! Der macht mir immer irgendwelche komischen Challenges! Und dann soll ich den mal lösen, dieser Fiesling! So, dann gehen wir jetzt mal hier rein! Und... Öffne dich! Oh, nein! Der passt auch nicht! Mann, das ist ja blöd! Okay, dann legen wir den jetzt mal hier hin! Okay, Leute! Versprochen! In diesem Video hier werden wir auf jeden Fall diese Tür hier öffnen, okay? Versprochen! So! Dann muss der letzte Schlüssel oben auf dem Kran sein! Oh, ich kann ihn sogar sehen! Da ist er ja! Oh Gott, oh Gott! Aber das wird jetzt gefährlich, da hochzulaufen! Oh, oh! Ich muss da jetzt irgendwie hochklettern! So, und... Hoch! Und... Und... Ja! Oh, ich hab's geschafft! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich muss hier auch ganz vorsichtig langlaufen! So! Und... Ah! So, super! Wir haben jetzt den letzten Schlüssel! Damit muss die Tür aufgehen! So! Und bloß nicht runterfallen! Oh Gott, oh Gott, das ist so hoch! So, und... Runter! Oh, ich dachte schon, ich fall runter! So! Und... Tür! Ich kann dich gleich öffnen! Oh, das wird so toll, Leute! Wir können jetzt diese Tür hier öffnen! Und... Oh! Hoch! Und es ging auf! Die Tür ist aufgegangen! Super! Und, was ist hier? Oh! Hilfe! Oh! Ein Skelett? Das Game Master-Zeichen! Und eine Pyramide? Hä? Was hat das zu bedeuten? Okay, mal gucken, was hier drin steht! An Icky? Oh, oh! Das ist wohl ein Brief an mich! Okay, Leute! Wir lesen uns jetzt diesen Brief mal durch! So! Hinsetzen und durchlesen! Muhahaha! Hallo, Icky! Du hast meinen geheimen Raum geöffnet! Die nächste Challenge findet in der Wüste statt! Komm in die Wüste und versuche, mich zu fangen! Game Master! Oh Gott, oh Gott, Leute! Habt ihr das gehört? Er will, dass ich in die Wüste komme, der Fiesling! Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr Videos sehen möchtet, dann abonniert jetzt den Kanal! Drückt jetzt nicht mehr auf die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen! Schaut euch alle andere Videos von mir an! Gebt jedem Video einen Daumen nach oben! Schreibt etwas Cooles in die Kommentare! Und drückt euch auf die Glocke, Leute! Bis zum nächsten Video! Bis morgen! Tschüssi!